Hallo ihr Lieben und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallten. Kleine Wasserstandsmeldung zum Livestream. Der Livestream startet, wenn ihr das Video jetzt am Erscheinungsdatum seht, nächste Woche Sonntag am 17. Februar um 18 Uhr. Mit Facecam und Q&A und was mir dann bis dahin oder sonst noch so tolles einfällt. Also im Grunde das, was ihr wolltet und noch mehr, weil viele Vorschläge habe ich nicht bekommen. Also ich freue mich, wenn ihr vielleicht ein paar von euch wenigstens dann einschalten. Okay, bis dann. Ciao, ciao.